Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, heute stelle ich euch das Familienspiel Savanna Park vor. Das Spiel ist von Pegasus Spiele für ein bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Bei dem Spiel Savanna Park sind die Mitspieler, Mitspielerinnen, Wildhüter im Savanna Park und sorgen dafür, dass die verschiedenen Tiere zusammenbleiben, genügend Wasser haben und beschützen die Tiere vor Buschfeuer. Wer dies am besten plant und organisiert, der ist dann am Ende des Spiels der Sieger. Jeder bekommt zu Spielbeginn hier sein eigenes Spieltablo in seiner Farbe. Dann die dazugehörigen Tierblättchen, die sind hier in einer Box. Hier haben wir Spieler Rot. Die Blättchen haben hier diese Savanna Farbenseite auf der Oberseite und auf der Rückseite dann die Farbe des Mitspielers, in dem Fall Rot. Jeder bekommt also hier diese Tierblättchen, die gleiche Menge, die gleiche Anzahl von Tieren. Auf den Tierblättchen ist entweder ein Tier, zwei Tiere, drei Tiere oder mehrere Tiere zu sehen, mit und ohne Wasser. Bevor das Spiel beginnt, mischen jetzt die Mitspieler ihre Tierblättchen entweder auf dem Spieltisch oder hier in der Box und verteilen jetzt diese Tierblättchen hier auf ihrem Spieltablo, wobei die Tierblättchen hier auf diese freien Stellen gelegt werden. Nicht auf den Büchen, nicht auf den Bäumen, auch nicht hier auf den drei Feuerstellen und auch nicht hier in der Mitte auf dem Felsen. Wie ich schon sagte, die Mitspieler sollen jetzt hier ihre Tierblättchen auf dem Spielbrett auf ihrem eigenen Spieltablo verteilen, und zwar mit der Savanna Seite nach oben. Und sie sollen beginnen von links nach rechts und von oben nach unten. Bedeutet, das erste Plättchen sollte also hier liegen und dann das nächste hier und so weiter. Ich habe hier schon mal ein Spieltablo vorbereitet. Und der Spieler Blau hat hier die Tierblättchen verteilt. Jeder bekommt noch zu Spielbeginn ein Erdmännchen. Das kommt hier oben auf das Erdmännchenfeld. Und jeder hat auch noch einen Miepel. Dieser Miepel kommt hier auf die Position 0, auf der Siegpunktleiste, die aber erst am Ende des Spiels zum Tragen kommt. Nachdem also jetzt jeder Mitspieler seine Tierblättchen hier auf seinem Tableau verteilt hat, diese Tierblättchen liegen natürlich bei jedem anders, wird ein Startspieler ermittelt. Und mit dem Startspieler beginnend, wählt jetzt jeder Mitspieler abwechselnd dann ein Tierblättchen, was der Mitspieler versetzen möchte. Er nimmt es hier in die Hand und teilt jetzt den anderen Mitspielern mit, welches Tierblättchen er benutzt hat. Und hier sieht man Nashorn und Strauß. Und jeder andere Mitspieler sucht sich jetzt auf seinem Spieltablo genau dieses Plättchen und muss es jetzt auch auf seinem Spieltablo versetzen. Plättchen bedeutet, dort wo das ausgesuchte Plättchen weggenommen wurde, kommt das Erdmännchen hin. Bedeutet nur, dass man auf diesen Teil des Spieltablons das Plättchen nicht legen kann. Man muss sich also ein neues suchen. Und dieses Plättchen kommt jetzt irgendwo auf einen freien Platz. Beim ersten Plättchen ist klar, es sind ja alle freien Plätze belegt. Also muss man sich hier einen Strauch oder einen Baum aussuchen, den man dann überbaut. Das darf man. Also jeder Mitspieler sucht sich einen Platz und dieser Mitspieler sucht sich jetzt hier diesen Strauch, diesen Busch aus und legt jetzt dieses Plättchen hin, allerdings auf die Rückseite des Plättchens, nämlich seiner Spielerfarbe und legt das dann dorthin. Dann kommt der nächste Spieler an die Reihe. Bevor der nächste Spieler jetzt ein Plättchen aussucht, kommt bei jedem das Erdmännchen wieder hier auf seinen ursprünglichen Platz. Jetzt sucht sich der nächste Spieler ein Plättchen aus. Nehmen wir mal an, er hätte sich hier dieses Plättchen ausgesucht, den Elefanten mit Wasserstelle. Dann stellt man natürlich das Erdmännchen auf diesen Platz. Und man muss jetzt hier einen neuen Platz finden, entweder hier auf diesem Feld, das ist ja jetzt frei geworden, oder eins der anderen Felder. Dieser Mitspieler sucht sich hier dieses Feld aus, legt dieses Plättchen hier mit der Rückseite, also mit der Spielerfarbseite hier hin. Und dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Das machen wir jetzt abwechselnd so lange, also ein Mitspieler sucht sich ein Plättchen aus, teilt den anderen Mitspielern mit welches Plättchen er genommen hat. Dann stellt man auf das eben genommene Feld das Erdmännchen und man sucht für das ausgesuchte Plättchen einen neuen Platz. Jetzt dran denken, auf die Farbseite des Mitspielers dann legen. Das machen wir jetzt so lange, bis alle Plättchen mit der Spielerfarbseite hier auf dem Spielplan liegen. Jetzt stellt man sich die Frage, ja, das ist ja schön und gut, ich muss jetzt das Plättchen irgendwo hinlegen. Nach welchen Kriterien lege ich dann jetzt das Plättchen? Und das kann ich euch am besten erklären, wenn wir zum Ende des Spiels gehen. Hier ist alles jetzt auf die Seite der Spielerfarbe gelegt worden. Und jetzt beginnen wir mit der Endabrechnung. Wir betrachten uns als allererstes die Buschfeuer. Zwar gibt es ein Einser-Buschfeuer, ein Zweier- und ein Dreierbuschfeuer. Wir beginnen mit dem Einserbuschfeuer und da ist es jetzt so, dass alle Tiere, alle Tierplättchen, die am Einserbuschfeuer nur ein Tier haben, müssen vom Spielbrett genommen werden. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier zwei, drei, zwei, drei. Dann schauen wir uns das Zweierbuschfeuer an. Da haben wir hier in dem Fall zum Beispiel das Plättchen mit zwei Straußen. Das kommt zur Seite. Ich lege das mal hier hin. Das kommt also aus dem Spiel. Ich lasse es nur mal hier liegen für die spätere Erklärung. Und bei dem Dreierbuschblättchen schauen wir uns hier an. Da haben wir hier dieses Plättchen. Da sind drei Tiere drauf, sogar mit einer Wasserstelle. Das lege ich auch mal hier hin. Die kommen aber, wie gesagt, aus dem Spiel. Die sind nicht in der Wertung. Dann schauen wir uns an, wie viele Bücher man noch sieht. Das heißt, in meinem Fall noch eins, zwei, drei, vier. Bedeutet, der Mitspieler würde hier vier Siegpunkte bekommen. Dann für jeden Baum, den wir sehen, gibt es drei Siegpunkte. Das ist in meinem Fall hier eins, zwei, drei. Also neun Siegpunkte dazu sind 13. Und jetzt kommen wir zur Tierwertung. Und wir beginnen hier mit der Giraffe. Wir schauen uns jetzt auf unserem Tableau an. Was ist denn die längste Kette, die längste Gruppe an Giraffen? Und das ist hier oben der Fall. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Giraffen. Und diese elf Giraffen bringen normalerweise einen Siegpunkt. Und zwar einen Siegpunkt dann, wenn innerhalb dieser Gruppe, innerhalb dieser Kette eine Wasserstelle wäre. Das heißt, wenn in dieser Gruppe keine Wasserstelle wäre, würde man für diese elf Punkte, elf mal null, also keinen Siegpunkt bekommen. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt, wie viele Wasserstellen sind denn hier in dieser Giraffengruppe. Und dann bekommt man, das ist hier abgebildet für eine Wasserstelle mal eins, für zwei Wasserstellen mal zwei und für drei Wasserstellen mal drei. Das bedeutet elf mal drei, wir haben hier eine Wasserstelle, wir haben hier noch eine Wasserstelle und hier noch eine Wasserstelle. Das sind also elf mal drei, 33 Siegpunkte, plus die 13 wären 46 Siegpunkte. Jetzt schauen wir uns die Elefantengruppe an. Die ist hier, da haben wir eins, zwei, übrigens diese Plättchen, wo mehrere Tiere zu sehen sind, da zählt die Wasserstelle natürlich für jede Tiersorte. Also haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Elefanten in einer Kette und haben eins, zwei, drei Wasserstellen. Also würden das 30 Siegpunkte bedeuten, wäre 46, 76 Siegpunkte. Dann kommt das Nashorn, das Nashorn, das Nashorn ist hier unten, da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben eine Wasserstelle, würde also neun Siegpunkte dazu, sind 85. Dann das Zebra, das Zebra haben wir hier mit eins, zwei, drei, vier Zebras, allerdings zwei Wasserstellen, sind nochmal acht, sind 93 Punkte. Dann kommt als nächstes die Antilope. Da haben wir eins, zwei, drei, da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mit einer Wasserstelle bedeutet, wir bekommen acht Siegpunkte dazu, sind 101. Und als letztes kommt noch der Strauß, den haben wir jetzt hier, da haben wir eins, zwei, drei, ohne eine Wasserstelle, also null Punkte. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, darauf sollte man beim Legen achten. Diese zwei Plättchen sind ja, mussten wir ja aus dem Spiel nehmen, weil hier am Dreierbuschfeuer dieses Dreierplättchen, Tierplättchen gelegen hat und hier am Zweierbuschbrand die zwei. Hätten wir das jetzt vertauscht, dann würde bei der Straußwertung, könnte man also hier diese Tiere addieren. Das heißt, wir hätten also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mit zwei Wasserstellen. Das wären also 14 Punkte. Aber dadurch, dass wir das jetzt so gelegt hatten, sind ja die nicht mehr da. Bedeutet, für die Straußwertung bekommen wir null Punkte, sodass wir also jetzt eine Endwertung von 101 Siegpunkten für diesen Spieler bei dieser Wertung bekommen würden. Ja, und wer dann bei den Mitspielern hier die meisten Siegpunkte hat, ist dann der Sieger dieses Spiels. Ich gehe davon aus, dass euch das Spiel nach diesem Video klar ist. Wir haben hier Tierplättchen, die werden zu Spielbeginn von jedem auf dieses Spieltablo gelegt. Weil diese Tierplättchen wahllos hingelegt werden, mit so einer kleinen Vorgabe von oben nach unten und von links nach rechts. Und jeder legt natürlich seine Tierplättchen woanders dahin. Jeder hat ein ganz anderes Bild. Und ausgehend von dieser Konstellation werden jetzt Tierplättchen abwechselnd ausgesucht und auf ein neues Feld mit der Spielerfarbenseite nach oben hingelegt. Das machen wir abwechselnd. Jeder sucht ein Tier aus, sagt das den Mitspielern dann auch. Diese Tierplättchen werden dann neu verlegt. Und wir spielen so lange, bis alle Tierplättchen nur noch die eigene Spielerfarbe zeigen. Dann ist das Spiel zu Ende und wir bekommen zu dieser Endwertung, wo wir uns die Buschfeuer anschauen, wo wir Punkte für Büsche und Bäume bekommen. Dann suchen wir uns die längste Kette, die größte Gruppe der einzelnen Tiere aus. Schauen, ob da Wasserstellen sind. Wir multiplizieren dann die Anzahl der Tiere, die auf den Tierplättchen sind, mit der Anzahl der Wasserstellen. Mit mal eins, mal zwei, mal drei. Diese Siegpunkte werden hier auf der Siegpunktleiste aufgetragen. Und wenn wir uns alle Tiersorten dann uns angeschaut haben, schauen wir uns den Spielstand der einzelnen Spiele an und wer dann auf seinem Tableau die meisten Siegpunkte hat, ist dann Sieger dieses Spiels. Was ich euch noch gerne zeigen möchte, ist, wie das Spiel geht ja, ist ja für ein bis vier Mitspieler. Und diese Tierplättchen sind ja hier in diesen Kästen und diese Kästen passen hier sehr schön in die Spielschachtel hineinbildend, so ein kleines Mosaik. Das, finde ich, ist ganz gut gelungen. Das ist das Familienspiel Savannah Park. Die Autoren möchte ich noch erwähnen. Das sind Wolfgang Kramer und Michael Kießling. Das Spiel ist bei Pegasus-Spiele erschienen für ein bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Viel Spaß!